Seit Monaten kämpfen wir einen wirklich harten Kampf. Einen Kampf, auf den wir nicht vorbereitet waren. Endlose Schichten, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Wie viele? Wir wissen es nicht. Die Zeit hat jede Bedeutung verloren. Und obwohl wir teilweise wirklich keine Kraft mehr hatten, haben wir weiter gekämpft. Mit Zuversicht und Entschlossenheit. Jetzt wollen wir wieder neu starten. Alle zusammen. Holen wir uns wieder das Leben zurück. Mit der Sporthilfe Heroes Run. Danke, Südtirol. Heute Morgen. Heute Morgen.